Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal und heute stellen wir euch Klaaske vor. Bei Klaaske, bei diesem rasanten Magnetspiel geht es darum, schneller sechs Punkte zu machen als der Gegner. Klaas ist ein Spiel vom Autor Mikkel Bertelsen und ist für genau zwei Spieler. Es ist ab acht Jahren, dauert circa zehn Minuten pro Partie und ist bei Game Factory erschienen. In die Mitte kommt das Spielbrett. Auf ihm werden die drei weißen Magnete auf die Markierungen gelegt. Jeder Spieler erhält eine magnetische Spielfigur und einen Steuermagneten. Die Spielmünzen werden auf die Nullen der Punkteleiste gesteckt. Ein Spieler erhält den Ball und muss in der eigenen Ecke den Anstoß machen. Jetzt kann es schon losgehen. Ziel ist es, als erster sechs Punkte zu machen. Es gibt vier Möglichkeiten zu punkten. Erstens, die gelbe Kugel bleibt im gegnerischen Loch liegen. Zweitens, an der gegnerischen Spielfigur kleben mindestens zwei weiße Magnete. Drittens, der Gegner fällt mit seiner Spielfigur ins eigene Loch. Viertens, der Gegner verliert die Kontrolle über seine Spielfigur und kann diese nicht wiedererlangen. Nach jedem Punkt wird der Startaufbau wiederhergestellt und es erhält der Spieler, der keinen Punkt gemacht hat, den Ball. Wer zuerst sechs Punkte gemacht hat, gewinnt Klarsk. Ja, Klarsk ist bei uns im Moment der absolute Renner. Also jedem, den wir es zeigen, der will unbedingt sofort zehn Partien am Stück spielen. Weihnachten, das war der Renner schlechthin in der Familie, die eigentlich gar nicht so viel spielt wie wir. Und jeder wollte immer, immer, immer wieder Klarsk spielen, hat immer wieder nachgefragt. Für Silvester haben wir schon Anfragen, alle wollen Klarsk spielen. Also es ist absolut der Brüller. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist so unglaublich schnell aufgebaut. Man holt es aus der Packung raus, hat wieder ein kleines Säckchen, wo diese Teile drin sind, die Magneten, die Kugel und das hier. Ist super schnell wieder alles hingestellt und los geht's. Und es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Und man glaubt gar nicht, wie sehr man sich darüber ärgern kann, dass man hier dieses Klarsk macht. Weil es einem doch immer wieder passiert, egal wie viele Partien man hat, dass man unachtsam ist. Und auch diese kleinen Magneten. Am Anfang denkt man, naja, ist ja blöd. Was haben die da verloren? Aber nein, ohne die Magneten wäre das Spiel nicht halb so gut. Weil es doch immer wieder passiert, dass die Kugel da hinrollt. Man will die holen und zack, hat man schon den ersten dran. Dann wird man vorsichtiger und meistens passiert dann das. Oder der Ball geht doch rein. Oder der Gegner ist stark genug und schafft es, diesen Magneten auf einen zuzuschießen. Und es macht so viel Spaß. Und es macht auch viel Spaß zuzugucken. Das heißt, selbst wenn man in einer größeren Runde ist und nur zwei Leute können das ja mal spielen, selbst dann stehen alle rum und lachen und ärgern sich mit. Und es ist einfach genial. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel für zwei Spieler, was bei uns gefühlt schon 100 Partien auf dem Tisch war. Und ihr seht schon, langsam kriegt so leichte Kratzspuren. Aber das Material ist fantastisch. Das hält es aus. Das Spielbrett wurde schon hier beim Machen schon häufiger hoch und runter und zur Seite gestoßen. Und trotzdem ist alles bombenfest. Und auch nach etwa 100 Partien sind hier nur leichte Kratzspuren. Also es ist einfach ein wahnsinnig tolles Spiel, was ich jedem empfehlen kann. Und damit ihr so ein bisschen mitkriegt, wie sich das anfühlt, das zu spielen und dass es Spaß macht zuzugucken, haben wir jetzt gleich im Anschluss für euch ein kleines Let's Play gedreht. Und schaut euch das mal an. Es ist wahnsinnig lustig und spannend. Und dankenswerterweise hat der Alex von Hunter & Cron das für uns kommentiert, sodass es noch ein bisschen spannender ist. Viel Spaß damit. Und wir beginnen die Partie Julia gegen Stefan. Julia nimmt sich den Ball, hat Anstoß. Ja, so ist das eben in einer Beziehung. Und das Spiel beginnt. Ja, schöner Anstoß. Da gibt es erstmal nichts zu bemängeln, aber auch nichts Gefährliches. Da die erste Aktion von Stefan. Aus Tor allerdings, ja, noch nichts. Aber jetzt hier ein kleiner Nachteil für ihn. Der erste Magnet klebt an seiner Spielfigur. Das ist natürlich immer ein Handicap. Und da wird auch schon der zweite Magnet in die Hälfte von Stefan gespielt. Das ist natürlich jetzt eine Einschränkung für ihn. Dieser Bereich, der ist jetzt etwas blockiert. Man sieht es auch schon. Er ist etwas zügeliger in diesem Viertel. Und Julia tut natürlich gut daran, immer wieder in die Ecke zu spielen. Aber da ist der zweite Magnet an Julia jetzt haften geblieben. Also ein bisschen Ausgleich geschaffen worden. Nichtsdestotrotz liegt natürlich immer noch der Magnet auf Stefan seiner Seite. Etwas ungünstig. Jetzt ein bisschen abgedrängt in die Ecke. Aber er ist natürlich dort immer präsent. Und ihr seht schon, die beiden mal trittieren ganz schön das Spielbrett. Da würde ich ihnen empfehlen, die Hand am Brett zu haben. Ihr seht das auch aus der anderen Kameraperspektive. Da ist dann etwas mehr Stabilität im Spiel. Und da ist das erste Tor für Julia. Schön gemacht. Über Bande gespielt. Hier seht ihr das auch in der Wiederholung. Ja, und da rollt der Ball schön im Tor hin und her. Springt nicht raus. Klasse gemacht. Erstes Tor. First Blood sozusagen. 1 zu 0 für Julia. Stefan hat Anstoß. Ganz klassisch. Schauen wir mal, wie er das macht. Ja, etwas seicht für meinen Geschmack. Aber warum nicht? Und da schon wieder der erste Magnet in Stefans Hälfte. Julia ist hier etwas versierter. Und oh, ihr seht das schon. Magnet ins Tor und dann Ball hinterher. Hier in der Wiederholung. Ja, das ist oft so. Wenn ein Magneten im Tor liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball dort wieder rausspringt, sehr gering. Und so haben wir das auch hier gesehen. Also 2 zu 0. Anstoß. Stefan und Julia schon wieder ein Magnet gespielt. Hat hier auf jeden Fall das Spiel mit den Magneten, mit den Hindernissteinen etwas besser im Griff. Und schon wieder im Tor. Ball rollt hinterher. Fast gleiche Nummer wie eben. 3 zu 0 für Julia. Ihr seht es hier auch nochmal in der Wiederholung. Ja, sehr schön gemacht. Zack, Überbande nach hinten und ins Tor. Ja, der gute Stefan stand da etwas verloren auf dem Feld. Oh, jetzt sehr schöne Angabe. Erster weißer Magnet an der Figur von Julia diesmal. Aber Stefan hat sich auch schon wieder einen Magneten eingefangen. Jetzt kurzzeitig das Spieltempo mal erhöht. Und da knapp sehen wir hier auch schön am Rand entlang jongliert. Glück gehabt, der gute Stefan. Das wäre sonst schon das 4 zu 0 gewesen. Aber es ist nichts passiert. So kann das in Klaas gehen. Ja, weg mit dem Magneten. Das ist wahrscheinlich für Stefan sogar richtig. Und das erste Tor. 3 zu 1. 1 zu 3. Also hier seht ihr wieder die Wiederholung. Ein Eigentor von Julia, könnte man sagen. Also bis jetzt hat eigentlich Julia die Tore geschossen. Die Magnete werden wieder resettet. Angabe Julia. Schauen wir mal hier, was sie macht. Sehr schön. Wunderbar. Perfekt. Das war sozusagen das 4 zu 1. Angabe. Magnet gespielt. Ins Tor geschossen. Kugel hinterher. Kugel kann nicht mehr raus. Ein wunderbares Tor. Wunderbare Angabe. Sowas wollen wir sehen. Ja, Angabe Stefan. Weiter geht's. Es ist natürlich noch nichts verloren. Und hier das 2 zu 4. Schön gemacht. Hat sich von dem Magneten nicht irritieren lassen. Schön zurückgespielt. Und hier würde ich fast sagen, dass es eher so ein Abwehrfehler von Julia war. Trifft die Kugel nicht richtig. Ging ja auch relativ schnell. Und sie prallt ab und ins Tor. Angabe Julia also an der Stelle. Trotzdem immer noch favorisiert Julia hier. Oh, sehr schön gemacht. Da hat Stefan gar keine Chance gehabt zu reagieren. Weißer Magnet anhin gespielt. Fast ins Tor. Und jetzt nochmal Figur angespielt. Und Tor. Ihr seht das. Sehr schön in den Rücken gespielt. Das ist eigentlich unmöglich, wenn man so angespielt wird, dann irgendwas noch zu blocken. Die Kugel rollt dann meistens ins Tor. Ja, super gemacht. 5 zu 2, wenn ich das richtig sehe. Matchpoint also für Julia hier. Noch ein Punkt. Und sie hat das Spiel gewonnen. Oh, und knapp. Da war es schon wieder fast so weit. Sie dominierte wirklich das Spiel. Auch wenn sie jetzt hier einen etwas Wagen-Move macht. Ein Magneten, leichtes Handicap. Aber sie geht deutlich versierter damit um. Der Magnet, der dort in ihrem Bereich liegt, ist eigentlich momentan noch keine Gefahr. Dritter Magnet wird gespielt. Liegt aber in der Hälfte von Stefan. Ja, jetzt wird natürlich versucht, über die Bande ins Tor zu spielen. Schöne Ballkontrolle da an der Stelle. Nicht immer gleich rauffauen. Ah, das ist super. Der Magnet hinten im Tor bei Julia. Das ist immer schon mal eine bessere Grundlage, da die Kugel oft dann nicht aus dem Tor springt. Das ist also unglücklich. Schon wieder hinten an die Figur gespielt. Ihr seht das. Und selber ins Tor damit. 6 zu 2. Herzlichen Glückwunsch an Julia. Damit hat sie die Partie gewonnen. Viel Spaß!